Ich glaube, es wäre eher so eine ruhigere Art Musik, vielleicht etwas von Satie oder Debussy oder vielleicht Beach House, so was. Ich bin Manuel Garnier. Ich habe heute das Privileg, im Yard des Kunstregion Basel aufzutreten und ich schreie Leute an, aber heute singe ich Leute an. Ich habe das Georg-Schrimpf-Gemälde auf dem Balkon gewählt, weil es aus etwas super Schlichtem, Altärischem, irgendwas Romantisches gemacht hat. Es hat irgendwas Sachliches, aber Neues, ich kann es nicht genau beschreiben und er ist auch entartet, also Respekt. Ich bin am kreativsten, wenn ich das Gefühl habe, komplett allein zu sein auf der Welt. Weil es dann auch irgendwie ein Tenant ist und man keine Rücksicht auf Erzweige, externe Meinungen geben muss.